Und jetzt, jetzt müsste ich, ja, runter beamen, zack. So, es wäre auch vielleicht sinnvoll, mal Plant Fibers für mich zu farmen, so ein bisschen zumindest. Um ein paar Bandagen machen zu können. Alter, leck. Discords sagt nein. Immerhin. Ach, ich kling schon wieder hölzern, oder was? So hölzern wie dieser Baum hier. Boing. Fürchterlich. So, gib mal her den Scheiß. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus, ja. Ich hole jetzt noch ein paar Plant Fibers und dann komme ich zu dir. Oder Plan. Äh, wenn der Vogel mich lassen würde. Bist du freundlich? Egal, jetzt bist du tot. Hehehe. Ach nein, so kennt man ihn. Baumfälsch. Ein bisschen Holz sollte ich besser auch noch mitnehmen, ne? Ich glaube, zum Bauen wäre das nicht so schlecht. Oh, hier ist gleich ein See nebenan. Wie schön. Ja, ich habe bei mir hier einen riesen Brunnen. Also wirklich, der so richtig tief geht. Und wo jetzt fast mein ganzes Holz drin verschwunden wäre. So. Soll ich dann meine ganzen Tische, die ich gebaut habe, mit zu dir nehmen? Äh, ja. Wenn du möchtest, kannst du das machen. Ja, ich glaube, das wäre sinnvoll. Wer auf meinem Schiff, brauche ich die ja nicht unbedingt. Manipulator-Modul, Pixel und Salben. Ja, das nehme ich gerne mit. Die Assis. So, dann noch ein paar Bäumchen mitnehmen. Und dann bin ich unterwegs, damit wir das wenigstens in dieser Aufnahme noch machen können. Dann kommt auch der Teil, den ich besser beherrsche als Kämpfen. Das Bauen. Ja, er muss dir auch kreative Töpfen geben. Hey, dahin zur Filzmensch. Oh mein Gott. Er hat endlich Freunde gefunden. Das ist jetzt nicht überragend viel Holt, aber er hat auch ein bisschen muss ich noch mitnehmen, sonst komme ich überhaupt nicht weit. Wieso wird es denn hier schon wieder dunkel? Was ist denn mit diesem Planet los? Ich weiß auch nicht. Okay, den Baum nehme ich noch mit und dann bin ich bei dir. Ja, ja, kein Stress. Ach, als würde ich mir wegen dir Stress machen. Aus dem Alter bin ich doch schon seit zehn Jahren raus. Na, mindestens. So, das mitnehmen, das mitnehmen, das mitnehmen. Dann muss ich auf dein Schiff kommen und den Rest sehe ich dann. Bist du schon unten? Und da bin ich ein bisschen nach links gelaufen. Ja, das wird mir ja dann angezeigt, Gott sei Dank. Wenn man die Anzeige im Auge behält, geht das. Oh Gott, hier ist ja auch Nacht. Ja. Aber geile, geile Bäume im Hintergrund. Sieht fett aus. Könnte nur ein bisschen heller sein auf dem Planeten, aber sonst... Äh, ich gehe unter. Wie kommt man denn hier raus? Äh. So, man muss sich ja nur zu helfen wissen. Hallo. Ah ja, wer ist denn das? So, wo willst du hin? Kommandär, würde ich ehrlich gesagt sagen. So, zwischen diesen zwei Bäumen, da könnte man alles so ein bisschen glatt machen. Und dann kann man sich hier ein kleines, muckeliges heim. Auf welche Ebene Bäume? Ich bin gerade am gucken. Ja, hier so die Ebene. Okay, ich nehme gerade noch mal eine Bandage, falls irgendwas Schlimmes passiert. Äh, wenn ich sie finde. Ah, ich bin so nah und schütze dich. Ja, aber mir geht es auch so besser. So, würde ich sagen. Okay, du machst das. Das hier ist dann quasi unsere Grundetage. Genau. Okay. Äh, was wollen wir denn aus Holz? Ah. Holz? Wie ging denn das? Musste man dazu die, die, alle, musste man erst zu Timber verarbeiten, das Holz? Ich glaube, die, weiß gar nicht. Kann sein, dass du die Baumstämme auch so platzieren kannst. Vielleicht so als Außenhülle oder so. Hm, würde ich sagen, mach mal das. Ich mache mir gerade trotzdem noch ein paar Timber zur Sicherheit. Zehn Stück. Dann würde ich sagen, das Äußere mit den Baumstämmen. Wie sieht denn der Unterschied aus? Lass mal gucken. Wo ist denn Timber? Der Justin. Ah, hier, ich baue, ich baue das gerade. Bei mir fand das ganz gut. Ich setze gerade mal einen daneben, damit wir den Unterschied haben. Äh, der Boden dann einen höher oder wo willst du den hinhaben? Da, wo gerade die Erde ist, den Boden oder? Äh, ja, da, wo die Erde ist, den Boden, würde ich sagen, oder? Okay, ja. Du musst dann nicht einmal alles reißen. Dann mach du gerade mal weg. Dann, genau. Äh, den Boden dann aus Timber, das würde so aussehen, oder auch aus diesem Stabilen? Ne, aus Timber, das ist okay. Okay. Zack, zack, zack. Ich finde das schön, dass man hier den Strahl einfach gehalten lassen kann. Das ist so wunderschön. Oh. Jetzt habe ich mir zu wenig Timber gemacht. So. Könnte ja keiner ahnen, dass das so schnell verbraucht wird. So wäre der Licht. Ja, ich habe auch noch ein paar richtig schöne Fackeln. Ja, die Ständer-Fackeln, glaube ich, jedenfalls. Hat er gerade Ständer gesagt? Huuuuh, wie kann er nur... Ich bitte mir sowas. So, dann wird es... Das ist noch weg. Ich will den Baum nicht weg machen, aber es muss... He stands in our way. War ich nicht. Eko. Äh, ja, ich baue gerade mal schon die Dinger auf, damit wir eine Tür machen können, denn du hast nämlich, glaube ich, keine dabei. Nein. Und ich baue schon mal Treppen. Ja. Dann werden wir nämlich auch brauchen. Nein. Erfinderwerkbank. Nein. Amboss. Nein. Wo ist denn der andere Tisch? Pölzerne Werkbank. Da ist es doch. Äh... Dich hauen wir einfach mal hierhin. Warum kann ich dich hier nirgendwo hinbauen? Ah, hier. Ah, hier. Okay. Ähm... Wir müssen gerade noch... Das kann ich ja gerade schnell machen. den Hintergrund bauen. Ansonsten können wir nämlich nichts platzieren. Aha, stimmt. Wer willst du denn aus Holz? Äh... Würde ich sagen. Wir können ja dann, wenn wir was anderes haben, dann immer noch ein paar Akzente setzen. Okay. Vielleicht so, wenn wir Raumtrennung machen, würde das gut aussehen, wenn wir da das dickere Holz nehmen statt Timber. Ich weiß es nicht. Was ist denn hier unten? Was ist denn das? Ach, das war die Fackel. Hm. Ich bin so klug. So. Dann mache ich gerade mal wieder Licht. Wie viel Platz brauchen wir dann für eine Tür? Vier, oder? Scheiße, das geht nicht schräg. Dann setze ich die gerade einfach mal so hin. Hm... Fuck. So, dann wollte ich die Werkbank da hinbauen. Habe ich die zweimal? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So, da kommt man tatsächlich auch ohne Stufe rein. Braucht echt viel Timber. Zack. So, dann können wir uns hier noch... Zack. Okay. Ich würde mal interessieren... Okay. Das geht. Schon wieder leer. Gott. Die haben das vereinfacht. Komm, ich mach. Die Holzplattform sind... Ich... Ja. Jetzt hast du gleich. Weg, Ise. Ja. Das ist ja so... Du... 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 So... Ah, hier ist einer höher als drüben. Okay. Oh, jetzt habe ich noch einen höher gemacht. Naja. Äh... was ist das hier setze ich gerade mal hier hin wir bauen uns einfach einen riesengroßen turm ich habe zwei türen gemacht wo ist die tür da ist sie doch der isse ding der isse ding okay du musst ein bisschen größer für die tür okay ich glaube noch einen halben genau dennoch noch weg soll ich die dann hierhin ja so nach innen will nach außen würde scheiße aussehen wenn da kein ding wäre und hier drüben muss ich gerade auch noch mal ein weg und dann kann die tür ja auch eingesetzt werden wunderbar funktioniert auch geht in beide richtungen wunderbar okay was kann man hier noch dran machen wurden geht braucht man nicht und hitsch auch nicht beleuchtung so dann tippen wir noch ein bisschen weiter nach oben versuche ich jetzt alleine so ein bisschen zu unterhalten solange meine aufnahme partner nicht zu hören ist der schlimm hier nicht überlege gerade nur jetzt hat man ihn auch wieder besser ja ich will nicht zu viel reden wenn das nur so eine computer gesteuerte stimme ist das ist irgendwie nicht so geil okay ist schon wieder so weit nein nicht c sondern i waffen werden gerade nicht benötigt das wollte ich gar nicht wusste der normale tisch gärtnerwerkbank nein zäppling nein jetzt haben die das schon übersichtlicher gemacht und ich finde trotzdem nichts war das die gärtnerwerkbank ich baue erstmal alles hier hin so die gärtnerwerkbank dann können wir noch mal ein paar bäume fällen ich setze erst mal alle stationen hier hin die wir haben und wir können uns dann später wenn wir die räume gemacht haben dann überlegen wie wir machen ja warum habe ich schon wieder hunger ich bin mir nicht sicher ob ich da was dabei habe dass ich essen kann roten food ich werde verhungern aber du bist ja immer unvorbereitet das ist jetzt ganz schlecht ich werde mich dann gleich mal an die felder machen oh mein gott damit wir das in zukunft nicht mehr haben was war denn noch mal mit diesen pilzbäumen hatten die holz weiß ich nicht okay ein was zu essen konnte bleiben sie bringen uns pilzer na toll ja hat nicht viel gebracht oh gott ich muss dringend felder machen dafür brauche ich eine hohe nicht nur hohe brauchte man dafür noch mal doch dafür bräuchte man eine hohe für die hohe brauche ich aber timber habe ich copper bar und string hast du den ofen schon dabei? ne der ist oben auf meinem schiff oh Mist da muss ich gucken ob ich den gerade selber machen kann phoenix was brauche ich dafür noch ein campfire oh jetzt kann ich mein campfire wieder abbauen zack so furnace craften furnace furnace hinstellen bing 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 copper bar kreisen heisen silber hier gibt es irgendwie zu wenig bäume pils menschen hier ist ne bude von denen molotov cocktails war auch bin ich will habe ich dann auch mal gemacht da sind noch mit der pilzmenschen hallo oh man wird hier echt nass in dem spiel echt sie ist da oben so eine anzeige weil wir noch kein dach haben das ist ja ich krasse ok eigentlich müsste ich mich ums feld kümmern ich wollte aber eine ho machen damit ich mich ein bisschen ums essen kümmern kann was fehlt mir dafür noch körper hast du noch zwei körper körper ja geht zur not auch ich habe den ofen wir hier ach so ja wir brauchen machen habe ich gehe mal kurz im umweg ich brauche nämlich noch zwei körperbarren ich habe schon zwei aber das reicht leider nicht das kann weg wir müssen dringend essen anbauen sonst werde ich hier ständig sterben der ofen ist hier ganz rechts ok danke so dann baue ich schnell die ho und kann nämlich dann die felder anbauen für die felder kann es ja nach rechts oder links ausweichen ja ich würde sagen nach rechts kommt gerade mal ist gerade schlecht ja ich sehe oh gott ok ich bleibe davon weg ich habe nämlich keine lust jetzt auch zu sterben die felder muss man dann erst mal wieder gerade machen siehste die ho hat er hat schon wieder hier freunde es gibt es es ist es 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017